Hallo zusammen, wer sich gewundert hat, dass gestern Abend am Mittwoch kein Film kam über den DAX. Ich habe mir gedacht, das kann ich mir auch sparen, wenn da noch die Fed kommt. Und ich war der irrigen Auffassung, dass Facebook, Amazon und Apple gestern die Zahlen liefern. Das liefern sie aber heute. Deswegen habe ich mir gedacht, na komm, mache ich ihn heute, also am Donnerstag. Weil morgen bin ich auch weg, ich fahre nach Mittelerde. Das heißt, dieser Film ersetzt den von gestern und nimmt vorweg den von morgen. Ich mache morgen keinen. Ich weiß nämlich auch nicht, wann ich am Sonntag wiederkomme. Also deswegen, das ist jetzt der einzige für das Wochenende. Gilt ab morgen, ab dem 2. Februar. Ich würde euch so gern ganz tolle Sachen hier erzählen über den Index. Allein ich kann es nicht. Ich sehe da nichts. Ich gehe morgens hier völlig unvoreingenommen rein und dann fallen mir diverse Aktien auf. Aufgrund der Nachrichtenlage, irgendwelche Zahlen, irgendwelche Ad-Hoc-Meldungen. Und das war in dieser Woche wirklich nicht schlecht. Das war das, was letzte Woche sagte, dass also die Aktien werden für mich interessanter in der nächsten Zeit. Eine Bayer unter 30 war ein Versuch wert. Die 11 AMH, da hatte ich auch putzt. Die habe ich allerdings bei 700, ich glaube, 75 gekauft. Und dann ging sie halt nochmal hoch auf 785. Und den Schein, den ich ausgesucht hatte, war ein 787er. Der hat gerade mal so gehalten. Ich habe den schon unter der Erde gesehen. Ja, und heute ging der dann raus mit, ich glaube, 60 Prozent plus. Ich habe auch sogar Longs gemacht. Einmal BYD, das ging bisher ganz gut. VW über 115 war in Ordnung. Eine Deutsche Bank heute mit der Ankündigung, die Dividende zu erhöhen, trotz schlechterer Zahlen, das war in Ordnung. In Einzelwerten kann man hier ganz gut rumspielen. Wenn man nicht, man kann nicht von jedem Wert erwarten, dass er so Bewegungen macht wie Supermicro. Aber wenn da mal so eine VW 3, 4, 5 Euro steigt, dann sind es auch 30 oder 40 oder 50 Cent in den Scheinen, also in den Zertifikaten. So mache ich das momentan. Wenn ich mir hier, und ihr guckt ja auf den DAX gerade eben hier, was soll ich denn damit anfangen? Also gar nichts. Das ist Angst vor der eigenen Courage. Es ist ein auf jeden Fall vorhandenes, es ist ein Triple Top sogar. Wieder nicht geschafft. Außerbörstlich waren wir, ich glaube, so am Morgen, so um 8.30 Uhr, waren wir mal bei 17.013. Aber die gesamte Wochenbewegung, also jetzt vom Montag bis heute Donnerstagabend, das sind mit Mühe und Not 200 Punkte. Das ist nichts. Das hatten wir in der Vorweihnachtswoche und in der Nachweihnachtswoche. Und das ist dann ein Handel, da muss ich nicht den ganzen Tag davor sitzen, da machen die Einzelwerte eigentlich mehr Spaß. Aber komm mal, machen wir mal den DAX. Das ist also Tagessicht. Für mich ist das ein dreifach Top, um die 17.000. Da zicke ich jetzt nicht rum wegen einem Punkt oder drei Punkten. Wir werden schwächer über die traditionelle Sichtweise. Wir werden schwächer über die moderne Sichtweise. Wir haben noch nicht. Aber bei einem unveränderten Markt morgen ein Verkaufssignal mit einem Oszillator. Ähnlich sieht übrigens auch der DAO aus. Habe ich mir vorhin, hat mir einer gesagt, habe ich mir näher angeschaut. Der sieht jetzt auch nicht so vielversprechend aus. Diese Zinshoffnung, Zinssenkungshoffnung, die hat der gute Herr Paul jetzt erstmal ein bisschen zerstört. Vor dem Hintergrund, da kommt nichts. Ich habe hier als Unterstützung zum Einen. Hier die 20-Tage-Linie. Im Moment bei 16.720. Und dieses Gap hier, das zeige ich euch nochmal. Das war von, ach, von wann war das jetzt nochmal? Ich glaube vom 18. Moment. Ups. Entschuldigung, vom 23. bei 16.659. Das ist das zweite. Das ist abends um 10 Uhr, um 22 Uhr. Das ist die blaue gestrichelte Linie. Zurück zum Tag. Aber ich habe hier nichts. Er hat den Versuch zwar mal geschafft, also für mich hat er die 17.000 mehr oder weniger gesehen, aber einfach nicht weitergemacht. Der Markt hat Angst, sagen wir es mal so. So kommt es mir vor. Die Umsätze sind gering. Ich sehe hier keine, und davon leben wir oftmals, amerikanischen Käufe, egal in welchem Wert. Das sieht man insbesondere bei Bayer. Die fallen einfach langsam runter. Da hält keiner mal die Hand auf. Also ein größerer, ein Änderleger. Bisher zumindest meine ich, das nicht gesehen zu haben. Und dann haben wir halt diese Einzelbewegungen. Also leid es mir tut, ich habe hier tendenziell, ich würde mal sagen, 60-40 negativ. So würde ich das mal formulieren. Aber dann habe ich halt auch gleich schon wieder diese Unterstützung. Ein Eigenleben hat der Freund seit längerer Zeit nicht. Seit hier, seit dem 8.12. Das ist nur so ein Hin- und Hergeplänkel, Rummeandern oder Einschlafhandel. Da muss man das einfach auch so akzeptieren. Es gibt keinen Grund jetzt hier in einen übertriebenen Aktionismus irgendwie reinzukommen. Habe ich nicht. Ich habe aber daraufhin auch die Scheine geändert. Und zwar habe ich die Calls weiter hochgenommen. Ich habe jetzt hier ein 16.004er mit dem 19er Hebel und 16.307er. Und die habe ich also ein bisschen geändert. Aber die Putz sind die gleichen, die ihr schon kennt. Von daher, jetzt bimmelt er noch das Handy. Moment. Von daher, ich tendiere nach wie vor eher zu dem Putz, die mal zu haben. Aber möchte nicht diesen engen hier haben, sondern eher den hier oben. Ein 17.524er. Es tut mir leid, ich würde euch echt gern was sagen. Aber wenn nichts ist, dann mache ich es auch nicht. Bringt ja nichts. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.